Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake's American Nightmare. Den Canyon verlassen. Als ob wir das nicht schon oft genug hätten. Irgendwo hier ist so ein... Ach du Scheiße! Ey, den kenn ich nur noch aus dem... Da hab ich keine Lust lange zu fackeln. Der lebt noch! Hey, was ist da los? Was ist das für ein Gerät? Wow! Also gut. Solchen Monstern möchte ich besser nicht nochmal begegnen. Einfach mal mit der Leuchtpistole drauf, wo wir haben. Mit den Old Gods of Asgard. Ja. Tor und Odin Andersen. Old Gods of Asgard. I still don't quite know what to make of them. I know there used to be Rockstars who modeled their stage personas after the Old Gods of Asgard. Und mehr möchte ich dazu jetzt auch nicht wissen. Alles nachgeladen. Das Sturmgewehr werden wir hoffentlich auch sehr schön einsetzen können. Ja gut. Ich glaube, dass wir jetzt die letzte Aufnahme-Session werden für dieses Spiel. Das Rad war angeboten, das Ölfluss, die Batribe angeschlossen. Haben wir halt nicht erst letztens gemacht. So, machen wir nochmal die geile Musik an. Na ja, mittlerweile kann ich das schon mit trällern. Und auch das Gerät hier anmachen. Kommst wieder, na na na, hier. Na 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 na. Was denkt die Nachbar von mir? Okay. Sturmgewehr! Sturmgewehr! Fett! Hey! Ah, also echt, ey. Einmal hier die Gewehr nachladen. Dass wir hier doch nicht von euch rumringen. So, ein Firmgerät. Sturmgewehr ist hier angesagt. Zurück zu Emer. Achso, ja, sonst kackt die da wieder ab. Ja, hab ja auch keinen Puck drauf. Dass wir so ein Gerät zum Einsam... Nein! Du bist ein Gerät. Ach du Scheiße! Alles tot. Nehmen wir doch dieses Gerät mit. Ach, die Gold Gods im Studio. Ach, ganz toll. Äh, echt. Interessiert mich wahnsinnig, dass die Old Gods im Studio sind. Und... Ja, die haben sicherlich irgendeinen... Ach, bitte nicht schon wieder, dieser Affe. Ich hab auch keinen Bock, hier lange rumzufackeln. Hallo, da hinten ist ein Skript, das will ich haben. Das ist nicht... Okay, ein paar Skripte fehlen noch. Ach, nicht schon wieder, ja, ja. Gehen wir zu Emma. Ja, das ist nicht so, dass wir uns wiederholen können. Ja, danke für mich wiederholen. Ich würde mich nicht sterben, bevor ich bereit bin, um zu beurteilen. Ich glaube, ich habe dich zu bedanken, für alles auf der Öl, Derek. Ja, ich habe gedacht, dass wir das wiederholen, wenn wir das wiederholen können, wir müssen, als ob wir es versuchen, zu sein, um es zu sein. Ich habe es gut. Du hast eine große Chance gemacht. Du okay? Was denkst? Ich habe zweimal sterben. Ich erinnere jetzt alles ziemlich klar. Du sagst, ich werde okay sein. Ich weiß nicht, was passiert. Es ist nicht deine Schuld. Ich denke, einer der... was hast du sie? Die Taker? Ich denke, sie haben etwas für die Macht gemacht und sie haben mich da. Entschuldigung. Aber ich habe die Schläge von dem sterben Mann in diesem Raum. Und ich werde sie nicht überhören, bis wir etwas tun haben. Ich bin Angst, dass sie getötet werden. Sie sehen jetzt ruhiger aus. Blablabla. Soll ich mir nochmal die Scheiße da anhören? Ab geht's. Emma retten, indem sie den Sicherungskasten kümmern. Ja, erst wenn ich Munition habe. Vorher gehe ich hier nicht weiter. Pistole, Revolver raus. Elegant. Moin, wie geht's? Ach, ey. Ach, ey. der Scratch uns mit diesen einfachen Mitteln aufhalten kann. Ach, ist doch noch irgendein... Ah, ne. Musik hat aufgehört. Das heißt für uns auf Deutsch gesagt... Das Gebiet ist rein. Sicherungsgasten... Sicherungsgasten... Ich seh das nicht. Hoi, oi, oi, oi. Ach, dieses Gerät hier... Umschalten. Zurück zu... Emel. Reiner. Okay. Ich denke wirklich nicht, dass sie jetzt zur Kraft kommen können. Danke. Das ist ein Relief. Ähm, hier sind die Schläge, die du brauchst. Danke. Hey, ich muss euch sagen... Im Diner? Ich ging da mit ihm. Der Typ, der wie du. Okay? Ich weiß, dass ich gesagt habe, dass ich nicht. Ja, ich habe gedacht. Wollen wir darüber sprechen, was im Lokal passiert ist. Wollen wir darüber sprechen, was im Diner passiert ist? Es war dieser Mann aus dem Observatoren... ... und... ... er hat einfach den jungen Mann attackiert... ... und er hat seinen Gesicht in den Tabletop ein paar Mal... ... es war schrecklich. Ich... ... ich wusste nicht, dass er das tun würde. Ich schwöre... ... und ich fuhr einfach. Ich habe ihn da einfach verlassen. Ich habe ihn da gehalten. Ich habe noch nicht versucht, zu helfen. Es gab nichts, was du getan hast. Es ist nicht deine Schuld. Nun... Er ist jetzt tot in diesem Motelraum, also... Entschuldigen Sie mich, wenn ich ziemlich schrecklich fühle. Machen Sie es keine Vorwürfe. Du solltest dich nicht schrecklich sein. Ich wollte einfach nicht involviert werden. Ich habe diese Tendenz, zu einfach... ... alles verlassen und zu gehen. Ich denke nicht, dass ich eine schlechte Person... ... aber ich... ... ich habe nicht sogar die Töne. Ich bin so ein Töne. Wenn du die Töne hättest, hätten wir die Töne. Er ist nicht menschlich. Entschuldigt? Es ist nicht deine Schuld. Aber ich könnte ihn versuchen, zu stoppen. Entschuldigung. Ich glaube, wenn du es hättest, dann wären du tot. Hier drin war eigentlich... ... Endgranate. Wo ist die? Kann man nie mal gebrauchen. Das ist ein Gerät, das Maschinenpistole. Hier ist Sturmgewehrs effektiver. Voll aufgerüstet hier in den Kampf. Okay, das war die richtige Tür. Schlüssel. Nichtsdestotrotz, geiles Wort. Ja. Gut. Noch einmal Autokino. Noch einmal... Äh... Dingens. Ne. Einmal Sternwarte. Einmal Autokino. Dann müsste... Und noch einmal da Emma retten oder so. Keine Ahnung. Da müsste ich eigentlich durch sein. Ja. Jawohl. Jawohl. Ich... Steig aus, Alan. Raus aus der Budi, ja. Geht los zum letzten Mal. Boah, zu Bord, Alan. So ein Penner. Hör auf. Drei. Auf. Auf... Drei. Ich habe gesehen. Gesehen. Oh! Biss! 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 Mo, 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 mo. Ah, du Penner, ey. Jetzt wollen sie aber hier noch mal richtig einen raufsetzen hier. Oh. Ja, ich kann ihn sehen, halt. Hiya. Okay. Ganz ruhig müssen wir sein. Okay. Die primären Rose, wie schon. Ja, wie geht das? Ach, das. Bitte nicht den ganz fetten, bitte nicht. Ach, nur ja, die Autos. Ach, kennen wir. Kennen wir alles schon. Einfach weiter. Nein. Nein. Ah. Wo kommst du denn? Ah. Wo kommst du denn? Ich hab mich für den Affen leer geballert. Ich kenn's nicht fassen. Boah, er hat mal auf da, um zu bohren. Er hat ja auch keinen Bock. Manuskript nehmen. Ah, er muss man ja den ganzen Tag da, die Bude zusammenbohren. Was machst du denn? Alles nachgeladen hier. Ist ja fast alle. Da ist kein Bock drauf. Wie gesagt, wegrennen ist die beste Taktik. Nein. Ihr seid aber fett, ey. Ich hab doch keinen Bock, ey, auf euch. Okay, das wollte ich eigentlich nicht. Ah, kacke. Kacke. Töte mich jetzt nicht. Mach Tür zu. Das war knapp. Moin. Hi. Sieht sehr schlecht aus. Halt deine Schnauze. Ich hab keinen Bock, habe wieder drei Stunden vor ne Glotze zu sitzen. Alles mitnehmen. Nein. Ich hab keine Munition, jungens. Was? Wuh. 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 Wir töten die bösen Geister! Lalalala! Sturmgewehr brauche ich auch! Nein, nein! Was ist los? Wartet! Ja, äh, wieso das gerade abgekackt ist, weiß ich auch nicht. Aber die Musik ist sicherlich nicht dran schuld. Wow! Mein Leben ist im Arsch! Meine Munition auch! Hör auf zu bohren da oben! Ah, geh sterben, du alter Mongo! Wow! Ja, du... Scheiß Typ da oben, ey! Der versaut hier doch alles! Äh, jetzt muss ich ja wieder alles verteidigen! Was war das denn wieder für'n Bug? Wow, wow! Wow, wow! Wow! Armatenwerfer! Wir machen den steilischen Schrank auf! Und wir lenken das mal ab, dass ich... Jetzt haben wir mal ne Übersicht hier! Ah, äh! Ja, okay! Und du Restorz! Ja, ich bin hier! Okay, kein Problem! Wir machen uns mit den Zorch! Also, wenn wir mal in dem Schrank, dass wir da checked, dann einmal zu viel! Ah, ja ja ja. Ah! Oh, ho ho. gar nicht so einfach ok also es war gerade echt brutal meinen ganzen brand